so da sind wir wieder zurück bei beyond good and evil in der letzten folge haben wir habe ich mal wieder abgefällt abgelost ohne ende bin sehr mal wieder gestorben haben die überwachungsbänder gefunden haben gesehen wo page hingegangen ist wir haben ein bisschen über die militärischen einheiten gelernt was sehr sehr langweilig war aber naja gehört halt zum spiel dazu tot hallo zielen feuer nein nicht so schnell weg rennen da komm her ich will doch nur euer bestes und das sind die einheiten so die barriere hatten wir auch zerstört also rennen wir hier als nächstes lang weil wir kommen uns nicht weiter sortierungsanlage alles klar sieht so aus als kämen die hier nicht lang hier brauchen wir den fähigen schlüssel wir brauchen ein spezial schlüssel habe ich doch gerade gesagt und ach jade du kleine kleines armes mädchen wenn du nicht weiß wann du springen muss ladevorgang in sektor 3 was passiert wenn ich hier drücke so da sind wir durch und kommen nicht mehr zurück na super wo sind wir hier ich verstecke mich mal kurz um zu sehen wie kriegen wir das jetzt hin das war ja mal wieder ein fehlschlag also ich werde ja bestimmt sowas von verkacken liebe leute erst mal hören wir uns hier die kleinen die haben umgerollt gerade ist ja witzig jetzt kommt hier das problem die kamera bin ich doof nein nein also ja ja aber die da ist wie eine truhe hier kommen wir die öffnen können uns dahinter verstecken so wir schleichen uns jetzt mal hier ganz langsam durch da oben ist er na da läuft er und hoch und runter sehr schön dass hier eine glaskubel drauf gesetzt haben das war sehr vorteilhaft von euch also das gibt es doch nicht so jetzt aber hier und schuld und schuld und ja die kleine vogel feuerwerk wie kein feuerwerk ach das ist ja es mag das spiel mich schon so sehr nicht da ist immer mehr ein feuerwerk für mich abfeuern da kommt was probleme da guck doch hier das geht doch hier ratzifatzi endlich mal da oben feuerwerk ach ist ja wiese was soll hier schön dass wir noch ein bisschen kohle fallen lassen ist hier eigentlich was mit dem behälter ich glaube nicht so hier hat man es auch verstecken können ich weiß gar nicht irgendwo anders lang nein nein ist hier irgendwas geheimnis drin ein paar ratten zum draufhauen auf mich so dann rennen wir mal weiter mögliches leck im sektor 5 alles gleich ist frei das kommt von da drüben nein 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 ich gehe macht er die tue auf was ist das jetzt so pass auf da kommt was also unglaublich nein lass mich raus hier alter das gibt es doch nicht uh also passt auf ich werde hier gleich wieder mächtig ablosen so Kamera gehen wir jetzt nicht auf den Wecker so 1 2 3 Leutchen haben wir jetzt hier wir werden uns jetzt geschickt hier dran vorbei schummeln an dem so so haben wir den ersten aber wie geht es jetzt weiter einfach es reicht wenn ich den einfach folge aha aha du wirst dann da abgesetzt aha auch auch die finger verdammt so spannung steigt nee da geht es anscheinend nicht an dann folgen wir mal hier den weg Kontrollraum ach das sieht ja schon sehr schön aus hier oh oh so sprung runter ja ich bin gerade hier ein bisschen wieder ach hier speichern aha ist ja ok komm ich muss jetzt erstmal hier kurz zwischenspeichern das macht mich alles sonst viel zu nervös viel zu nervös das ist unglaublich hier obere Halle nehmen wir den zweiten weil da sind wir ja immer Datei überschreiben ja bitte überschrieben äh überschreiben erfolgreich also mir läuft hier gerade der Schweiß der Arschritze runter muss ich ehrlich sagen oh guck mal da ist unser Bildmotiv so sieht die Alpha Abteilung wirklich aus da müssen wir doch ein Bild müssen wir doch da hinkriegen davon von nur von wo von da drüben vielleicht kommen wir da irgendwie hin da kommen wir bestimmt noch hin welcher Idiot macht da eigentlich nen Handschalter hin bitteschön so und jetzt hier und wieder betätigen so so und jetzt hier und wieder betätigen maus ratte kohle gebt mir eure Mäuse gebt mir eure Mäuse gebt mir eure Mäuse ich will die Mäuse haben das sieht schon wieder sehr verdächtig aus hier du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht der sieht mich wirklich nicht jetzt noch einmal rechts rum daher sehr schön hallo flieg kleiner Vogel ach ist das herrlich wie schön die doch explodieren die Jungs mir wird hier Angst und Bange gerade ich guck doch mal auf den Wecker alles klar ich hab noch 6 Minuten so so dann machen wir jetzt hier mal Massenmorden ja da noch hin oh kleines fieses Mistding so das reicht mir jetzt erstmal jetzt müssen wir uns in konzentrieren und hüpf und hüpf sehr schön nein Double H wo sind sie Double H so in einer Höhle hier gefangen so da haben wir einen Bericht endlich hier mal guckt ihn euch an dieses hässliche Misti ich veröffentliche den Bericht und leite ihn an die Gouverneurin weiter ja sehr schön komm mach hin ich bin sicher dass sie dir wieder helfen wird da würde ich auch hoffen hier ich bin die einzige Person die das kann also die Hilfe brauche weil ich brauche Hilfe erstmal Kippe anmachen ich geh mal langsam vor haben sie die Alphas gesehen? ihre Gesichter? sie sind keine Menschen mehr sie werden von den Doms kontrolliert wir müssen die Bevölkerung darüber informieren schnell schicken sie ein Foto an Iris ich suche weiter nach einem Weg hinein das habe ich doch schon getan Mensch da ist er dass der auch sich in irgendwelchen Schächten rumtreibt wir finden uns sicher früher oder später wieder komm Fischi 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 Art bereits fotografieren schade guck mal Tab ja sehr schön kennen wir schon weil wir sind ja hier die Bösen nicht wir sind nicht die Bösen wir sind die 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 Bösen aufhalten werden und fotografiert haben oh 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 zwei es sind zwei drei wie mach ich das ach das ist doch hier wohl unglaublich oh oh da kommt was nein ach ich drücke immer den falschen Knopf hier so jetzt wird ich ich muss jetzt mal hier überlegen ich habe das doch schon mal durchgespielt das spiel ich wusste ich weiß doch hier wie alles funktioniert eigentlich also eine Theorie ja schön im Gleichschritt Männer ich glaube hier war das Bösen aber das ist was anderes ich gehe ich gehe nichts Partner hat Probleme Alarm 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 ich bin gerade echt ruhig muss ich mal anmerken bestätigt weil ich fühl mich hier gerade ein bisschen unter Druck gesetzt Zone gesäubert ohne nach deine Probleme ja der eiert da immer noch rum da drüben ist was ach ich krieg ne Krise hier Mensch Axel er bitte erlaubniszone zu säubern jetzt steht ja auch noch bei uns hier hin ah komm schon schön aber dass sie sich selber vernichten noch Hartmann hat Probleme da haben wir da haben wir jetzt da haben wir da haben wir da haben wir so ihr knackten Alphatypen Tom fliegt ne Runde fliegt für mich ins Universum was haben wir da aha aha kann ich hier was machen nein mk8 mk8 das ist schön so nächster Raum nächstes Glück aber nicht wirklich ich ich hab da was gesehen ich hab Angst ich hab Angst lass mich in Ruhe Falscher Alarm Buh mit dieser spannenden Haltung sag ich erstmal äh haut rein bis denne gute Nacht ich hab Angst ich hab Angst ich hab Angst ab so ich hab Angst so das